Ey, die Frau mit den blonden Dreads, die macht das ja nur, weil sie unsere Kultur so verehrt. Weil sie Afrika gerne mag. Hä? Die mag schwarze Männer, Reggae, aus der Partie halt. Dich besetzt doch sowieso niemand in Tschechien. Hä, klar. Dann alle spielen. Drei Schwestern, oder was? Hä, klar. Du meinst, besetzen den Rest der Schwestern dann auch schwarz? Das ist doch der Punkt Theater, das ist doch eine Behauptung. Was ist das eigentlich mit ihr und das? Weiß nicht. Jetzt bin ich bei euch und freue mich, euch zu sehen, Olivia. Mach schlafen, halt. Ich weiß gar nicht, ob uns ohne ihn wirklich was gefehlt hat. Naja, so schwarze Identifikationsfigur, ne? Sagst du ja selbst. Ich teile gerne alles, aber nachher tue ich nichts. Merkst du eigentlich, wie christisch du bist? Was? Jetzt lasst du mal da und gleich machst du dich schon wieder aus dem Staun. Ihr seid doch auch Ausländer. Ja, wir haben ein deutsch. Machst du was? Oh ja. Ich glaube nicht. Machst du mich aus? Nee. Nee! Ich bin schwanger. Es brennt! Ich bin lediglich packed. Vielen Dank.